Es war einmal ein junger Mann namens Sean, der frühmorgens bei PetSmart arbeitete. Sein Job als Lagerarbeiter war anstrengend, doch das Beste an seiner Schicht war die Pause, wenn er zur Adoptionsecke schlenderte und ein paar ruhige Minuten bei den Katzen verbrachte. Mit der Zeit entwickelte er eine besondere Verbindung zu diesen Tieren und sah sie nicht mehr nur als Haustiere, sondern als potenzielle Familienmitglieder für die richtigen Menschen. Eines Morgens fiel ihm eine bestimmte Katze auf, die besonders darauf bedacht schien, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Eine schlanke, graue Katze mit großen, neugierigen Augen drückte sich gegen das Glas, rieb sich daran und folgte jeder Bewegung von Sean. In ihrem Blick lag etwas, das Sean nicht ignorieren konnte. Es war, als würde die Katze sagen, ich bin hier für dich. Neugierig trat Sean in das Gehege. Kaum hatte er die Tür geöffnet, sprang die Katze auf seine Schultern und wickelte sich wie ein Schal um seinen Hals. Doch dann geschah das Herzzerreißendste. Die Katze begann sanft an Seans Ohrläppchen zu nuckeln und seine Schultern mit den kleinen Pfoten zu kneten, während sie laut schnurrte. Sean war verblüfft. Noch nie hatte ein Tier ihn so herzlich und sofort vertraut begrüßt. Es war, als hätte diese Katze, die er später Slade nennen würde, ihn von Anfang an für sich ausgewählt. Mit einem Lächeln und einem warmen Gefühl im Herzen entschied sich Sean sofort, Slade zu adoptieren. Direkt nach seiner Schicht füllte er die Adoptionspapiere aus und nahm seinen neuen Freund mit nach Hause. Von diesem Tag an war Slade unzertrennlich von Sean. Er behielt seine besondere Angewohnheit bei, sich auf Seans Schultern niederzulassen, an seinem Ohrläppchen zu nuckeln und zufrieden zu kneten. Jeden Morgen, wenn Sean aufwachte, sprang Slade auf seine Schultern und setzte sein Ritual fort, als wäre es ein heiliges Ritual. Sie hatten eine Bindung geschaffen, die über das Gewöhnliche hinausging. Sie waren eine Familie. Nun ist fast ein Jahr vergangen seit diesem schicksalhaften Treffen. Und Slade, inzwischen größer und kräftiger, besteht immer noch darauf, auf Seans Schultern zu sitzen. Eine ständige Erinnerung an diesen magischen Tag im Tierheim. Ihre Geschichte ist der Beweis dafür, dass manchmal Tiere ihre Menschen genauso wählen, wie Menschen ihre Tiere wählen. Wenn dir diese Geschichte von Liebe und Freundschaft gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal für weitere herzerwärmende Geschichten und erzähle uns in den Kommentaren von deinen besonderen Begegnungen mit Tieren. Teile diese Geschichte mit Freunden, die daran erinnert werden müssen, welch unglaubliche Bindungen wir mit Tieren teilen können.